World Squad ist nicht nur ein Klub, das ist fast eine Nation, weltweit. FC Bayern World Squad Season 4. Es hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr, dass es dieses Jahr wieder machen wird. Mein Traum ist, einen professionellen Footballer zu bekommen. Unser Ziel ist es ja, dass wir Spielern aus strukturschwächeren Ländern eine riesen Bühne bieten. Es ist nicht so einfach für mich und meine Familie. Es ist nicht so einfach für mich. Danke sehr. Es ist ein Erfolg, dass ein Profesor, ein DT, der der den maximalen Bühne der Welt ist. Hier geht um alles. Es ist ein globaler Klub. Dies ist ein Spiel in den USA. Es ist ein Spiel, wo wir alle arbeiten. gegen Bayern auf der 19. Wörter, World Squad ist auf diese Weise. Ich finde das ein wunderschönes Projekt. Ich finde das ein wunderschönes Projekt.